Danke. Die Feuerwehr Rutsing wurde zu einer Personenrettung am Rutsinger See alarmiert. Wir sind unverzüglich mit zwei Feuerwehrfahrzeugen und einer Feuerwehrzelle ausgerückt. Beim Eintreffen am Einsatzort haben uns anwesende Badegäste informiert, dass eine Person während dem Schwimmer untergegangen ist. Wir haben sofort mit der Suche begonnen, soweit es möglich war. Zeitgleich wurde auch die Tauchergruppe Traun alarmiert, die relativ rasch am Einsatzort war. Leider konnte die Person innerhalb kürzer Zeit nur mehr tot aus dem See geboren werden. Hat es am See schon öfter tödliche Unfälle gegeben? Die letzten Jahre hat es keine tödlichen Unfälle gegeben. Der letzte tödliche Unfall liegt sicher schon zwischen 5 und 6 Jahren zurück. Wie hat sich die Suchaktion gestaltet? Ist die Sicht im See gut? Ist es schlecht? Die Suchaktion laut Angaben der Taucher war sehr schwierig, da die Sicht sehr schlecht ist und man die eigene Hand von Besichtung wirklich sehen kann. Auf die bringe greenhouse zu können. Vorab certainly woرفierlich sein hätte und wann bei einem Vor tunes Dann wieder durchreichteteuj addict. Jetzt kommt die collapse- neer devants 6. Deine..! hourly wird so Cookierone kr Tahirs ist die Kirche. Fast JOK? Titi, hast du auch die Dane von dem Fährmal? Nein, das ist nicht. Es ist nicht so schön, dass es nicht so schön ist.